Sie sagt, Parteien, ihr dürft machen, was ihr wollt. Wie immer, ihr seid privatautonom, ihr seid frei, ihr seid freie Bürger. Aber, wenn ihr von dieser Freiheit keinen Gebrauch macht, helfe ich euch. Und jetzt gucken Sie mal, und wenn Sie den 269 gut lesen, dann stellen Sie fest, der gibt noch so einen leichten Dreh da rein. Der sagt, okay, wenn ihr nichts vereinbart habt, soll im Zweifel etwas Bestimmtes gelten. Mal sehen, ob das jemand von Ihnen rauskriegen kann. Sie haben im Kopf, denkbar ist, holt Schuld, schickt Schuld, bringt Schuld. Das sind die drei Varianten, jetzt gucken Sie mal. Ist ein Ort für die Leistung weder bestimmt Privatautonomie noch aus der Natur des Schuldverhältnisses zu entnehmen, so hat die Leistung an dem Ort zu erfolgen, an welchem der Schuldner zur Zeit der Entstehung des Schuldverhältnisses seinen Wohnsitz hatte. Welche Tendenz hat der 269? Das ist fast eine mathematische Frage, das können Sie ganz leicht. Welche Tendenz hat der 269, wenn die Parteien sich nicht selbst entscheiden, was für eine Art von Schuld sie haben? Eine Tendenz für die Hohlschuld, klingt gut, geht aber besser. Gegen die Bringsschuld, genau. Der 269 sagt, im Zweifel entweder holen oder schick, aber lieber nicht bringen. Das ist das, was er sagt, okay? Alles klar. Und das ist ganz interessant, ja? Ich meine, hier steckt eine starke gesetzgeberische Wertung drin. Der Gesetzgeber sagt, ihr dürft machen, was ihr wollt, aber im Zweifel hat der Schuldner an seinem eigenen Ort zu leisten. Das heißt, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, nehme ich zumindest keine Bringschuld an. Damit bin ich durch mein erstes kleines Kapitelchen von heute durch. Ich habe Ihnen keinen Fall dazu auf die Folie gemacht, aber ich kann Ihnen ja mal kurz einen erzählen, dass Sie sich das nochmal vorstellen können. Damit Sie verstehen, was das mit Unmöglichkeit zu tun hat. Ich nehme wieder meine Brillengestelle. Der Verkäufer Veit Vogel verkauft dem Käufer, Kurt Knapp, einen Lastwagen voll Brillengestelle. Das messen die in Exemplaren oder Kubikmetern oder Kilo oder Tonnen, ist mir egal. Es heißt zumindest so und so viele Brillengestelle, voll Aluminium, Titan vernickelt, weiß der Henker, was auch immer. Die beiden sind ein bisschen schlampig mit ihrem Vertrag. Die machen das am Telefon, sagen, ja, okay, gut, so, in Ordnung, organisierst du eine Spedition, ja, von mir aus, mache ich und so weiter und so weiter, kostet so und so viel, mit Spedition wird es ein bisschen teurer und so weiter und so weiter, ich kümmere mich drum. So, dann organisiert der den unabhängigen Spediteur X und der Spediteur fährt das Zeug und der ist gerade aber unglücklich verliebt, der Herr X. denkt die ganze Zeit nur an, wie heißt sie, Jessica und fährt über die rote Ampel und dann gegen einen anderen LKW und dann gegen einen Baum. Was jetzt mit dem Spediteur ist, ist zwar menschlich interessant, aber für uns nicht so wichtig, sondern uns interessiert natürlich nur was, die Brillengestelle. Die Brillengestelle, machen wir den Lastwagen auf, sind alle voll Schrott. Die gibt es nicht mehr. So, und jetzt stellt sich, man stellt sich eine ganze Reihe von Fragen, aber ich stelle erst mal nur eine einzige. Schuldet der Verkäufer Veit Vogel dem Käufer Kuno Knapp immer noch einen Lastwagen voll Brillengestelle? Der Knapp stellt sich hin und sagt, natürlich, Entschuldigung, wo sind meine Brillengestelle? So, Achtung, ich löse Ihnen den Fall. Erstens, ist dieser Anspruch entstanden? Ja, dieser Anspruch ist mal entstanden, weil nämlich die beiden einen Vertrag miteinander geschlossen haben, über einen Lastwagen voll Brillen. Zweitens, vielleicht könnte dieser Anspruch aber wieder erloschend sein. Und jetzt kommen Sie an die Reihe. Nach welcher Vorschrift wäre er denn denkbarerweise, möglicherweise erloschen? Äh, Schweigen im Walde. Gibt es eine Vorschrift, die vielleicht unserem Herrn Vogel insoweit hilft, dass sie sagt, du musst keine Brillen mehr liefern? Du schuldest nichts mehr? Erlöschen des Anspruchs? Suchen Sie wenigstens, denken Sie wenigstens nach. Bitte? 2,43 Absatz 2 klingt schon gar nicht schlecht, Konkretisierung ist aber trotzdem nicht ganz der richtige Einstieg, weil nämlich in dem 2,43 drinsteht, irgendwann könnte sich was konkretisieren, haben Sie recht. Aber es steht nicht drin, dass etwas vielleicht nicht mehr geschuldet ist. In dem 2,43 Absatz 2 steht ja drin, jetzt ist nur noch diese Sache geschuldet. Wir brauchen eine andere Vorschrift. Und Entschuldigung, 2,75 Absatz 1, exakt. Und dann kommt Ihr 2,43 Absatz 2. Ich mache es aber noch mal ganz langsam. Möglicherweise ist der Schuldner Veit Vogel nach 2,75 Absatz 1 von seiner Leistungspflicht frei geworden. So viel haben wir inzwischen verstanden. Unmögliches muss nicht geleistet werden. Erste Frage, natürlich, ist etwas unmöglich geworden? Und wir gucken uns alle dumm und freundlich an und sagen, ja also Entschuldigung, es ist ja immer noch möglich, dem einen Lastwagen voll Brillen hinzuschicken. Das ist ja wohl möglich. Warum ist das möglich? Weil der Veit Vogel ja eigentlich was geschuldet hat? Eine Gattung. Unmöglichkeit ist bei Gattungsschulden, siehe vorletzte Folie, in zweierlei Weise denkbar. Erstens, die Gattung ist insgesamt untergegangen. Überlegen wir uns kurz, gibt es auf der Welt noch Brillengestelle? Wahrscheinlich ja. Zweitens, jetzt wird es schwierig, könnte aber was passiert sein? Und jetzt machen Sie den Gedankengang sozusagen rückwärts mit. Es könnte Konkretisierung eingetreten sein, nach 243 Absatz 2. Was wäre dann passiert, wenn Konkretisierung eingetreten wäre? Dann wäre aus der Gattungsschuld des Veit Vogel eine Stückschuld geworden. Und was wäre dann passiert? Dann wäre durch den Untergang dieser Stücke die Leistung dieser nun konkretisierten Stückschuld unmöglich geworden. Geben Sie mir zu, dass das schwierig ist. Ja, es ist schwierig. Es ist auch für richtige, normale Jurastudenten schwierig und für sie natürlich besonders. Tut mir leid, ist aber so. Also muss ich mir überlegen, ist diese Konkretisierung vielleicht eingetreten? Welche Norm brauche ich dafür? Die, die Sie mir genannt haben, aber erst jetzt. Und wann tritt Konkretisierung ein, nach 243 Absatz 2? Wenn der Schuldner alles Erforderliche getan hat. Und das hängt wiederum wovon ab? Davon, ob die beiden Jungs eine Hohlschuld, eine Schickschuld oder eine Bringschuld miteinander vereinbart haben. So. Und da brauchen Sie erstmal nicht den 269, sondern Sie gucken erstmal in den Vertrag. Jetzt habe ich Ihnen gesagt, der Vertrag ist so ein bisschen luschig. Man kriegt es nicht so richtig raus. Wenn einer dem anderen sagt, ja, ich organisiere eine Spedition, und das kommt dann irgendwann bei dir an, ist theoretisch was denkbar? Jetzt nur mal theoretisch. Was wäre denkbar? Eine Bringschuld wäre denkbar, aber eben nicht nur. Genau, beides. Weil es kommt irgendwie bei dir an, also hol es nicht bei mir ab. Das kann schick oder bringen sein. Je nachdem, wie die Risikobereiche verteilt sind. So. Und jetzt nehmen wir mal an, der Vertrag ist so gemacht, dass das aus dem Vertrag nicht hervorgeht. Und dann komme ich in den 269 rein. Und jetzt hilft mir der 269 und sagt, im Zweifel keine Ringschuld. Das heißt, im Zweifel Schickschuld. Dann soll das hier gelten. Wenn Schickschuld, hat der Schuldner wann alles Erforderliche getan? In dem Augenblick, wo der Wagen auf die Straße geht und losfährt. Konkretisierung ist jetzt eingetreten. Mit der weiteren Konsequenz, in dem Augenblick, wo der Spediteur X verliebt gegen den Baum fährt, ist Unmöglichkeit an dieser dann konkretisierten Stückschuld eingetreten. Mit dem Ergebnis, zu 75 Absatz 1 greift ein, die Leistungspflicht ist erloschen. Waui zaui. Schwierig. Ist aber so. Okay.